Haaaaaaah Oh! Finally my new PS5 has come. Kids at grandma so I can play all night. Ah! Ah, ich hab mir grad, ich hab's mir grad bequem gemacht in meinem Schaukelstuhl am Lagerfeuer. Ah, meine PS5 ist angekommen. Ah, huch! Das fängt nicht so an, wie ich wollte. Ich stell den Tisch mal wieder hin. Warte. Laptop wieder drauf. Laptop bleibt hier. Ähm, okay. So, was ist mit mir? War ich das grade nie? Ich kann das Sofa... Was ist denn mit mir? So, ich geh mal ganz kurz eben... Ich glaub an der Tür hat's geklingelt, ne? So, wir sind aufs Land gezogen. Ist sehr weit draußen hier, äh... Ich glaube, Nachbarn haben wir sonst keine. So, das Haus-Party-Haus. Kann ich nicht sagen, ich spiel keine Pornospiele. So, warte. Es ist das Haus-Party-Haus. Ich hab, ich kenn... Ich hab das nie gespielt. Ich hab's auch nicht gesehen bei irgendwem. Ich kenn das Haus-Party-Haus nicht. Es ist unser Haus. Ja, wir verleihen das manchmal, damit hier Sachen gedreht werden. Okay, das ist unsere PS5. Hier ist unser Wohnzimmer. Weißt du was? Ich mach mal ein bisschen... Ich mach mal ein bisschen Platz, ne? Kann ich den grabben? Ne. Ich schieb den mal... Ich schieb das Sofa mal kurz weg. So, warte. Ich mach den erstmal hier auf. Und ich mach die Tür zu natürlich erstmal, ne? Ach, ich hoffe... Ich hoffe, ihr seid auch alle so aufgeregt, äh, wie ich. So, Chips hab ich gekauft. Äh, hab alles gekauft. Da kann der Abend ja losgehen. Wie gesagt, ist auch niemand zu Hause. Okay. I need to connect PS5 to the electricity. We had troubles with sockets while moving here. So I need to find some extensions. Okay, warte mal. Karton ist umgefallen. Ist nicht gut. Aber ist egal. Ich nehm die Pläsi einfach raus. Sehr stabil im Karton. Warte kurz. Es ist, äh, wirklich genau so, wenn, wenn man eine PS5 bekommt. Es ist alles genau so. Ja, es ist, es, es findet alles genau so statt. So, PS5 ist raus. Rest ist mir egal. So, die Kabel nehm ich nicht in die Hand. Die schleif ich hinterher. Und man kann die aufstellen, aber auch liegen lassen. Ganz wie ihr wollt. Ne? Ich kann die jetzt so hier hinlegen. Vielleicht kann ich die auch aufstellen. Ah, Rotate. Okay. So, aufgestellt. Und wir haben Probleme mit Strom, ne? Müh, müh, müh. Was sind denn für Geräusche? Okay, äh, wir haben Probleme mit Strom. Es gibt hier keinen Strom. Gibt's denn Steckdose? Okay, wir haben... Wir haben offenbar 30 von diesen sehr schönen Verlängerungsschnuren. Das ist, äh, schon toll. Aber wo haben wir Strom? Ich hab das Haus auch noch gar nicht, ne? Ich guck mal, ich erkunde mal kurz das Haus. So, Kleidung. Okay, ich, ich glaube, es sind alle weg, ne? Ich glaube, unsere Frau hat uns verlassen. Mit den Kindern. Guck mal, hier hängt nix mehr. Alle Klamotten sind weg. Ich glaube, wir sind ganz allein. Ja! Da können wir den ganzen Tag Playsy spielen. Geil! Okay. Ja, Steckdose. Sehr gut. Ist auch ne deutsche Steckdose. Also ne europäische Steckdose. So. Klar, dann können wir uns nicht leisten, weil die PS5 so teuer war. So. Was ist hier? Handy. Lass ich mal liegen. Schubladen öffnen kann ich nicht, ne? Ne. Hier ein schönes Buch, okay. Hier ist ne Fernbedienung für... Ähm... Hier ist ne... Also hier liegt ne Fernbedienung, aber... Hat sie mitgenommen. Hat sie einfach mitgenommen. Okay, hier ist unser Badezimmer. Ja, hier ist das Klo. Wie immer, erstmal kurz draufsetzen. Das ist nichts. So, hier. Sie hat auch hier ganzen Parfüms. Sie hat alles mitgenommen. Alles mitgenommen. Okay, ihre Zahlenbürste liegt noch hier. Ich weiß nicht warum. Die wollte sie eh wegschmeißen. So. Der Router ist noch da. Sehr gut. Was ist das für ein Router? Isos. Der gute Isos. Okay. Dann... Knack 3. Oh, I can't wait to play this game. Knack 3? Von allen Spielen ist es Knack 3? Es ist Knack... Na, herzlichen Dank. An alle Ungeimpften. Was soll das denn? Ich wollte ein geiles haben. Got a water irgendwas. Ich will doch nicht das. Warte mal, was steht da? 11 von 10. It has a little something for everyone. IGN. Only on Playstation. Oh, ja. Okay. Cool. Oh, Heilige. Ja, die Kinder sind für immer weg. Die Frau ist für immer weg. Die haben jetzt zum Glück die Steckleisten hinterlassen. Okay. Und wir müssen Strom nach unten legen. Sowieso, ne? Wenn wir hier ne Steckdose haben. Warte mal. Ah, sehr gut, sehr gut. Die Frage ist nur, wie weit reichen die... Ah, die gehen durch die Wände, die Kabel. Sehr gut. Das sind sehr gute Kabel. Kabel durch die Wände gehen sind die besten. So, äh, wo war das? Moment, hier. Natürlich, offenbar, ja. Ich glaube, wir sind kaufsüchtig bei den Dingern. So, warte, warte. Ach ne, ich muss jetzt nach unten, ne? Sag mal, hallo? Warte mal. So. Ach so, geht in beide Richtungen auf. Cool. Äh, ich muss aufpassen, dass der Stecker sich nicht... Ehrlich gesagt, der Stecker sieht ein bisschen aus wie was anderes. Der schlabbert da die ganze Zeit so rum. Tobi weiß, was ich meine. Okay, warte. Okay. Nein, nein, nein. So. So. Sehr gut. Ist doch scheißegal, wie die Bude aussieht. Frau kommt eh nicht wieder. Äh, was ist denn hier noch überall? Noch ein Badezimmer. Okay. Ja, sollte mal geputzt werden. Setzt schon ein bisschen Moos an. Ist mir aber egal. So, hier ist mein, äh, altes Arbeitszimmer. Äh. Das Bild da, das bin ich gar nicht. Das sind, das sind auch nicht meine Kinder. Ich hab einfach, hab ich einfach aus dem Internet ausgedruckt. Eigentlich führe ich hier ein Leben, ein ganz einsames Leben und hab mir eingeredet, dass ich verheiratet war und Kinder hatte. Ich sag jetzt einfach, die sind weg übers Wochenende. Aber ich war immer alleine. Ich war immer alleine. Aber jetzt hab ich ne Playstation, ist also auch egal. Vielleicht ganz gut. So. Komm, äh, warte mal, mein Stecker. So. Hab euch trotzdem lieb. So. Sag mal. Nochmal Knack 3? Wir haben zweimal Knack 3? Von allen PS5-Spielen, die man kaufen kann? Haben wir... Gibt's V-Sync? Du hast ganz schön T-Ring. Ja klar, das Spiel hier bietet alle möglichen Video-Optionen. Das ist nicht nur einfach so ein lustiges Spiel fürs... Oh! Hä? Das hat direkt geklickt? Nice! Ne, das T-Ring krieg ich leider nicht aus. Ich will gar nicht rüberkommen wie so ein zynischer Bastard. Tu's aber trotzdem. So. Äh, okay, warte. Ja, hat wieder geklappt! Hä? Nice! So, wir sind fast da. Wir sind fast da, okay. Äh... was? Haben uns entschieden. Wir wollen doch keine Kinder. Heute Abend sagen wir es ihnen. So. Ähm... Warte mal, der hängt wieder... Er hängt wieder fest. Mein kleiner Pinocchio hängt wieder fest. Ich muss mein Pinocchio mal kurz lösen hier. Warte mal. Sekunde. Der ist, äh, offenbar sehr dehnfähig. Hm? Hm? Ist schon, äh... So, warte. Hat auch wieder geklappt. Super. So. Ich kann die Plays natürlich auch hier rüber stellen, ne? Ich lehne die mal hier gegen die Wand. Jetzt ist es Zeit für HDMI-Connection. Okay, HDMI sagste. So, das sieht... das sieht gerade aus, ne? HDMI-Connection. Ähm... Ähm... PS2 oder 1? PS1 glaube ich sogar noch, ne? Das Intro hat, glaub ich, sehr... Ja, China. Würde ich auch sagen. Äh, Click to open. Ähm... Sag mal... Später bei Herpes bestellt. PS1. Oh, voll geil. Ich liebe PS1. Nur mal ganz kurz nebenbei. So, warte. Ich will das Paket umdrehen. Ist egal. Warte, warte. Äh, wir haben jetzt auf jeden Fall... Gamepad kam gerade an. Und ich hoffe auch schon die 3D-Ausrüstung. Alles... Ich hab alles bestellt. Das Komplettpaket. Äh, die Kopfhörer hab ich auch bestellt. Einfach alles. Schön, wie ich... wie das Paket einfach schwebt hier. So. Tür zu. Und dann würde ich sagen, äh... Ich mach mal mit dem Messer auf. Ach, das war der Karton, der schon auf ist. Cool. Das... Okay, hat funktioniert. Oh. Direkt mit Aufladestation. Hier ist es. Äh. Finally, I can play my new PS5. Gamepad-Batterie is low. I need to charge it. Ja, ja, warte. Ich räume hier mal ein bisschen auf. Ich würde auch gerne wissen, was ist denn... Was ist... Was macht der mit den Paketen? Okay, warte. Ich muss das hier halt noch drehen irgendwie, ne? Ich kann halt nur mit QA rotaten... rotaten. Entschuldigung. Ich muss das Paket irgendwie umdrehen. Oder ich mach's... ich mach's... ich mach's so. So. Seems like it's the wrong gamepad. Hä? Das hab ich gar nicht bestellt. Das hab ich ja gar nicht... Ich mein, cool, dass wir's haben. PS4-Gamepad, aber... Das ist Scam. Das ist doch ein Scam. Warte, ich leg's erstmal vor... Ja, ja, ich leg das erstmal hier hin, ne? So. Amelie, Dankeschön, Amelie. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. So. Ah, okay, okay, okay. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ich dachte, das bezog sich auf, äh... bei mir das Ding. So, warte. Was haben wir da? Seems like it's the wrong gamepad. X-Box-Controller? Naja. Okay, wir haben das Gamepad, wir müssen... Oh nein, wir müssen aufladen. Wir müssen das Gamepad aufladen, hat er gesagt, ne? Äh... Okay. Ich mach's... ich mach's mal... ich mach's mir mal einfach. Ich mach jetzt nicht ne zweite Strecke. Okay, warte. Okay, warte. Ne? So, ich hab die Playzie mal kurz abgeknüpselt, warte. Äh, knüpsel das mal dran. So. Und jetzt guck ich mal, kann ich das aufladen jetzt? Wow, it charged so fast. Ja, so, so lädt man das auf. Das wird genau so, das wird genau so aufgeladen. So, ist schon aufgeladen. It charged so fast, so schnell geht's. Das ist wie Elektroautos. Nach, nach einer Sekunde ist schon direkt alles, alles drin, alles dran. So, warte. Rein mit dir. Oh nein. Oh, was denn hier passiert? Ich mein, das Bild ist noch da, ne? Habe das Gefühl... Ich habe das Gefühl, wir haben einen Bug entdeckt, ich bin nicht sicher. Das wird schon gehen. W-H-D-M-I. Das, das wird schon gehen. Okay, äh, was sollen wir jetzt machen? Mist, ich hab nicht zugehört. Play some games... Ähm... Games. Haben wir noch was anderes als Knack 3? Ich geh mal kurz gucken. Was denn hier? Ah, na, äh, natürlich. Ah, natürlich. Ah, natürlich. Ah, natürlich. Knack 3. Oh, I can't wait to play this game. Warum? 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 Ich versteh das nicht. Ich bin nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Ich bin nicht mehr Mensch. Ich will doch die Scheiße nicht spielen. Ich will doch keinen Knack 3. Warum denn nur Knack 3? Warum nicht mal geile Games? Ich will... Ach... Ja... Gut. Ich schmeiße mal Ebony. Wie kann ich denn... Wie... Ach. Nee. Hä? Hä? Ich hab vergessen, wie man ein Spiel einlegt. Ich hab vergessen... Wie... Ich kann... Nee, ich kann das nicht auspacken. Das ist ja schon ausgepackt. Wie... Was ist das da eigentlich? Der Wäschekorb blinkt die ganze Zeit oben. Ähm... Ja, ihr seht, liebe Leute, die noch keine PS5 haben, ne? Ähm... Kann ich vielleicht hier... Tam, I need to connect my PS5 to the internet and download first day patch. Seems like my WiFi is broken. Ah... It's upstairs in my closet. Gonna check it out. Hm, okay, klar. Hm, mein WiFi. Ich weiß, ich weiß... Ich... Ja, okay. Ich muss mal kurz gucken, wo war denn mein WiFi? Das war, äh... Im Schlafzimmer, ne? Ich wollte auch mal ganz... Huch! Ich wollte auch mal ganz kurz eben das hier wegmachen. Das ist irgendwie markiert und geht nicht weg. Ähm... Wo war denn hier unser Schlafzimmer? Hä? Ach hier. Ja, ja, ja. Entschuldigung. To fix it, I need an instrument. It might be in the garage. Es fällt mir jetzt erst auf, aber... Das ist kein Router. Das ist doch kein Router. Das sehe ich jetzt erst. Ich habe vorher gar nicht genau hingeguckt. Haben wir dafür nicht auch ein Gamepad bekommen? Für diesen Router? So, äh... Ich brauche aus der Garage was zum Reparieren. Kann ich auch öffnen? Nö. Nö. Okay, aber ganz ehrlich, äh... Der Weg wäre genauso lang gewesen. Hier ist auch kein Stecker, ne? Nee. Okay, äh, ist egal. So, ähm... Wir brauchen ein Werkzeug aus der Garage. Kann ich hier? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, gut. Long time no here. So. Probably I need to reboot Wi-Fi to fix it. Oh, okay. That should work. Finally I can play my PS5. Ja, Leute. PS5. Ja, geil. PS5 spielen. Endlich. Oh, geil. Okay. Äh, Spiel ist glaube ich drin. Ich glaube wir haben alles gemacht. Uah. Entschuldigung. Wait. I forgot to put disk into the console. Game might be in the kids room. Wieso haben wir eigentlich PS5-Spieler, wo wir keine Konsole hatten? So, hier. Loading is really slow. I'm gonna grab some snacks. Okay, cool. Äh, Chips. Wait. Game is already ended. That SSD is so fast. I guess I should start it again. Hahahaha. Hideo Kojima, Hideo Kojima, Hideo Kojima, Hideo Kojima. Hideo Kojima, Hideo Kojima, Hideo Kojima. Tschuldigung, tschuldigung. Mus...oh. Ups. Oh. Muss lachen. Find ich, find ich mega gut. Ich würd gern wissen was dazwischen besteht als Ding in Star. Bleed Weapons? Lalalala. Da stehen auch irgendwelche lustigen Sachen zwischendurch glaub ich, ne? Probably you won't like this Video, Hideo Kojima. Schön, okay. Ich muss nochmal neu starten. Habt ihr gehört? Subscribe to my channel on YouTube if you want more. Bye. Und ich hoffe, jetzt können alle beruhigt schlafen gehen und wissen einfach, wie es ist, wenn die PlayStation 5 endlich ankommt. Das ist doch das schönste Weihnachtsgeschenk. Es geht um die Gefühle. Ja, es geht um die Gefühle. Schön. Immersive. Immersive. Wieder was Gutes getan.